Es ist völlig klar, dass jenseits der Wirtschafts- und Finanzpolitik die Geldpolitik beim Thema Inflation gefragt sein wird. Das ist ohne Zweifel so. Und was wir im Moment sehen, ist nun mal auch eine starke Zinswende, ausgehend von den USA, die fortlaufen wird, trotz der dortigen Eintrübungstendenzen. Und die EZB zeigt nun auch eine Reihe von Indizien dafür, dass diese Zinswende auch in Europa nun in stärkerem Maße ankommen wird. Was Lars Feld hier in etwas komplizierterer Sprache ausdrückt, ist wirklich ungeheuerlich. Er fordert, dass die EZB die Finanzierungsbedingungen für Haushalte und Unternehmen durch eine Zinserhöhung verschlechtert und sie dadurch in die Pleite treibt. Das soll mehr Arbeitslosigkeit erzeugen und dadurch unsere Löhne senken. Die Regierung fordert hier ganz offen Lohnsenkungen. Als Nebeneffekt soll dann die Inflation sinken, was auch der Fall wäre. Aber unsere Reallöhne würden wesentlich stärker sinken als das Preisniveau. Na, vielen Dank auch, Christian Lindner.